Hallo zusammen, ich begrüße euch zu Noopetech und ich bin mit der guten Diana unterwegs, weiß nicht viel, aber wir werden sie doch, wir werden sie so krass bauen wie noch niemand zuvor. So, jetzt haben wir ein kleines Schild hier, thank you, werfen wir direkt den Pot ein, denn ich glaube, ist nicht gerade tanky, aber geschafft, irgendwie, ich wusste auch nicht, welche Rune und Masteries ich nehmen soll, Also habe ich einfach die genommen, die da in der Schublade waren, gerade und wird schon passen. Ja, und dann ist auch schon mein Mana weg. Easy, das schaffe ich gar nicht mehr, oder? Na doch. Erstmal hier alle Fertigkeiten nehmen. Der Crubber kann mich so ein bisschen erholen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir dem Six einen verfassen können. Nee, können wir nicht. Können wir einfach nicht. So, immer Map schön hier im All behalten. Und jetzt geht es ja schon wieder mit der Energie, ne? Riven ist oben. Das heißt Lux und Kench auf der Botlane, das sehe ich auch selten. Sie konnten mich nicht brechen. Ah, sicher. Äh, weiß ich gar nicht, ob wir den E brauchen, so. Ich kann mir vorstellen, natürlich gegen so einen Shaco ist sehr, sehr wichtig. Das machen wir einfach mal, ne? Ah, und ranziehen tut es auch. Das ist natürlich auch nicht unpraktisch. Ob ich das überhaupt machen sollte? Nö, ne? Machen wir trotzdem. Ja, der geht steil, der Darius. Äh, wir machen Pirscher. Ist geil. Und die Schuhe. Boah, dann haben wir doch eigentlich ein Paket, äh, das wir wollen. Wir haben ein bisschen Sorgen um die Botlane, aber... Vielleicht zu Unrecht. So, mit Level 5, und das habe ich gleich, können wir da eigentlich schon ein bisschen was anrichten. Komm schon. Geh kapatt. So, meine Potze habe ich parat am Start. Lasst euch doch mal einen Tacken. Kann ich hier langlaufen? Scheißen, Dreck. Kann ich nicht. Ich dachte, ich könnte sie ranziehen. Das war wohl nix. Okay. Ah, schade. What? Ohne, denn der Reichweite, ne? Das ist ja nicht mehr feierlich. Ich habe noch nicht den Wukong gesehen, wenn der überhaupt im Game drin ist. Könnte auch AFK sein. Ich spreche nur die Wahrheit. Ja, knallt. Oder Tarm, ne? Wenn ich aber jetzt hier rüber jehe, könnte ich doch eventuell... Mach doch mal ne Pushung. Jetzt habe ich hier natürlich nix wortiges, ne? Mach nix. Was? Okay, dann ist der da oben. Da war doch einer. Da war doch mal. Blasch ist raus bei beiden. Ich kenne leider nicht. Wieso kriege ich den nicht? Das war dumm von mir. Ich drücke eh und ziehe ihn ran. Ich will ihn loswerden. Ja. Ja, so läuft das. Wir gehen schon AP. Wir gehen heute mal auf die Boots. Habe ich gerade beschlossen. Äh, wie sieht das hier aus? Böse. Auch nicht so toll. Ja, ich weiß nicht. Noch habe ich nicht das Feeling für sie. Kommt bestimmt noch. Ah, die Ulti. Guck mal. Ich merke das ja nicht so was. Weil ich dumm bin. Ähm. Scheiße. Ich kann die Ulti immer wieder einsetzen. Oh Mann. Könnte sie jetzt natürlich den Drake holen. Aber das mit dem R finde ich gut. Dann ist er fast sofort wieder da. Oder wie geht's halt. Ist der mich der alte Affe? Ich muss mal kurz hier, äh, die Wölfe smiten. Easy. Ach, komm schon. Jetzt macht er mehrfalt hier schlafen. Okay. Okay. Und wir drehen noch mal ne Runde. Jetzt habe ich die Geschwindigkeit des Todes. Nö. Ich werde mit Sicherheit nicht meinen Arsch riskieren. Nein. Nö. Ja, da bin ich halt Anu. Nö. 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 so einmal Jo wir kleckern uns hier nicht mit Ruhm, erst oder macht es nur gut so 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 jetzt ist es aber geplatzt Du gehst nicht echt, oder? Ne, na klar. Schlitz! Ja, aber für einen Jungle Noob war das okay, denke ich mal. So, hier. Was ist denn hier los? Was macht ihr denn? So. Jungle Noob ist 3-2, Top Noob ist 2, äh, 0-2. Ich weiß nicht, die macht eigentlich, wenn man so ein bisschen drin ist. Oh, hat sich falsch an. Also, wenn man sich eingespielt hat. Macht ihn einen ganz guten Eindruck. Ey, lasst euch nicht verarschen. Ich lasse mich verarschen. Wow! Und ich dachte, ich wäre weg. Ah ja. Leetbox und LOL. 3-3-3. What do we do? We need some... Okay. AD, AD, AP, AP. LMAA. Rüstung. Auf jeden. Machen wir mal, ne? So. Der Top-Lane helfe ich nicht mehr. Außer total eigennützig. Ja, wir gewinnen das trotzdem, bin ich mir sicher. Nothing mehr. Auf jedenね. Ja. Sie konnte uns nicht mehr. Dcinęgrrrr. Alles klar. Dicke. Dicke. ... Hör. was ist denn hier los hat mir die einer tatsächlich ich habe mir die wölfe weggezmeid das macht man das macht man doch nicht Oh, gar nicht nötig. Und du bist weg. Ich hab noch den Flash, also ist alles in Ordnung. Nein! Oh, kacke! Weiß die Nacht, willkommen! Easy! Na, komm! Wir können hier den Dings... Ah, Drache. Ist gar nicht mal so unwichtig. Die Dämmerung nach... ... 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 Das nervt. Die Kack... Oh, nein! What are you doing? Will ich noch mal neu rein? Was ist das denn? Scheiße, Dreck! Was ist das denn? Oh, dort, 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 dort! Mama! Gut Neue... Lucky, Lucky gehört auch dazu, ne? Ach, du Scheiße. So. Ah, ich hab schon wieder 3.000 Gelder. Ich muss die unbedingt verbraten. So. Das ist gut. Sonja ist. Ich brauch beides. Ich brauch Rüstung und MR. So. Yo. Das ist doch geil. Wir machen das, ne? Jo. Hat jetzt ein bisschen eingedauert in der Base. Aber jetzt fühle ich mich auch schon sehr viel safer. Brauch ich nicht mal meinen Smite für. Gucken wir mal, ob der Wukong ja durchkommt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Der Wukong. Lustiger Affe. Ich brauch mal ein bisschen den Baron. Ich brauch mal ein bisschen den Baron. Nur für den Fall. Hahahaha. Darius, don't do nothing, all game. Darius, don't do nothing, all game. Aya. Hahaha. Weiß jetzt nicht, ob gar nichts... So, also hier geht alle back, oder was? Ja, die schlitzt jetzt ganz gut, ne? Können wir irgendeine Lane rauspushen? Was hab ich denn jetzt 184? Ich kann nicht umkehren. Scheiße, ich müsste eigentlich da sein. Oh, die machen das ja. Na, wir gehen nochmal Sneaky hier rum. Okay, wir machen hier Druck. Schauen. Schauen wir jetzt den Tower hier. Pfff, hier sollte ich einen kriegen. Oh. Haua! Das tut ja weh. Aber ich kann den weiter ärgern, oder? Klar. Jetzt muss ich aber weg. Jetzt muss ich weg, aber ich bin ja mit den Flottenschuhen unterwegs, und da ist das kein Problem. Sie wollten nicht zu gehen. So, gleich habe ich wieder, äh, ein Ward. Oh Gott. Na, das war nicht nötig. Ah, die hat da gewordert. Ah, die hat da gewordert. Okay, gut zu wissen. Unnötig. Aber es ist Darius, von daher. So, was ist denn da nochmal? Na, Schwarz-Zahn. Könnte man sich auch gönnen, das stimmt wohl. Ich brauche auch das Jungle-Item dann nicht mehr. Ich muss nur gucken, dass ich irgendwie Leben noch kriege. Wie viel gibt mir das? Äh... Ach, gar nichts. Ja, gut. Gut. Sehr gut. Kein Leben. Aber ist eigentlich gar nicht schlecht. Juhu! Jetzt habe ich den 190 AP. Das ist ja eigentlich nicht so viel, ne? Ich spreche nur die Wahrheit. Aber mit dem Talon sollte er ratzfatz gehen. Und mit dem 1, 2... Das taucht mir trotzdem noch zu lang. So, irgendwo steht ein Ward. Wahrscheinlich hier drin. Jo. Lass ihn doch mal kommen. hier haben die mit sicherheit keinen wort stehen was machst du? 8-4 hier der Noob Jungle Riven ist aber noch weg also können wir jetzt mal auf den Tower gehen ja es ist alles zu wenig hier hier könnte natürlich was stehen ein Wort ich will den oh 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 muss ich ein bisschen ausweichen wo sind die Eierköpfe ach jetzt sag mir nicht wir haben die Lando gar nicht ran gepusht ja 6 ist AFK oder stimmt der ist die 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 Naja, die Türme kriegen wir auch noch kaputt Don't end please Okay, da ist aber einer Nö Nö Jetzt gehe ich mir den Red holen Und dann gebe ich dem Build so den letzten Feinschliff Keine Ahnung, was ich mir hole So Level 17 Mit der Diana Ich weiß nicht, ich glaube ich habe die einmal vorher gespielt, aber das ist schon Monate her Keine Ahnung Von der guten Ähm, so Wen haben wir denn noch da? A, D, A, D Ach, ist egal Okay, dann eher Rüstung Oder Leben halt Ne Kratz, kratz Ich wollte immer Ihn eigentlich Das ist eine ganz gute Wahl, würde ich sagen Das ist eine ziemlich gute Wahl Brauche ich So Wir gehen Zum Drake Lassen die nochmal ein bisschen zappeln Ich meine, die sind ja jetzt Gut Die ganze XP verteilt sich Nur noch auf drei Champions Söderle Wir haben hier noch ein Wort stehen Okay Ja, der macht natürlich mehr Aua, ne Nichts Klar Ist die durch? Ist die durch? Nice Nice Ah, ich pass lieber auf hier. Was ist denn? Boah, da hab ich mich aber hochgeleecht. Das ist ja geil. Komm hier. Die holen wir uns. Ah, die ist clever, die geht überhaupt nicht mehr raus. Ich würde gerne noch weiter bauen, so. Oh. Man wird auch nicht fertig. Na? Ja, ja, ja. Trag mich in die Türme, ist schon gut. Oh, ich fang's, ich fang's. Ich wusste gar nicht, dass es schon so weit vorne war. Ich dachte, ich kriege den noch mit dem Q. Egal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Statistik zum Schluss war. War ein bisschen arbeitsintensiv mit der Diana, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich kann mir vorstellen, die öfter zu spielen. Wenn ihr mal die ersten 10 Minuten übersteht, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch ab und zu mal einen Win gibt. Ich danke fürs Einschalten, lasst noch ein paar Kommentare zu Diana unterm Video da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wer gerne Lois sieht, auch wenn es nicht vom Profi ist, der darf auch gerne ein Abo dalassen, das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut.